Hallo, ich zeige euch den Black Angus Burger. Auch hier wieder ein bisschen Öl in die Pfanne und die Patties einfach einlegen. Wir können aber an der Stelle ruhig schon mal den Spargel mit in die Pfanne einlegen. Dann ein wenig gute Butter mit dabei und die Burger drehen. Natürlich das Gemüse ein wenig salzen, ja das hier fühlt sich medium an, rausnehmen und ruhen lassen. Und jetzt können wir da auch gleich unseren Black Angus Burger anrichten. Erstmal unser Black Angus Patty draufsetzen. Dazu jetzt den Himbeerketschup. Wahnsinnsprodukt, super lecker, ganz fruchtig und zum Spargel und zu dem Burger echt eine ganz grandiose Sache. Darnisch Spargel ruhig ordentlich drauf. So. Mann, das ist so unfassbar lecker. Ich freue mich jetzt schon auf den Burger. Weil auch hier ist wieder einer auf jeden Fall für mich. So und auch hier kann ich es wieder kaum erwarten. Grandioser, dicker Burger. Ja, sorry. Ich muss das mal reinbeißen. Entschuldigung. Einfach nur lecker. Und jetzt leaders. Bei euch. Dann auch mal zusammen. Okay, aufschlauen. Ciao. Ciao.